Ja moin moin, jetzt hier vor unserer Baustelle in Wellingstedt, da haben wir euch ja schon mal mitgenommen. Wir haben die ja vor einiger Zeit fertiggestellt und ja, jetzt kommen die ersten Gäste und jetzt machen wir natürlich den Garten wunderschön. Carsten, sag mal moin. Ja, wir haben jetzt hier gerade den Rasen nochmal gemäht und lockern die Bäder auf. Wir machen nochmal so kleine Resterbalden an der Haustür. Ja, ich finde das ein richtig tolles Ergebnis und die Gäste freuen sich natürlich riesig, die jetzt hier den frisch gemähten Rasen sehen. Der sieht doch echt super aus. Kann ich da mal mit rumnehmen. Wir machen mal schön den Rasen gemäht, schön gerade Spuren, wie sich das gehört. Richtig schön. Wie hat man mal ein Grunder erzählt, vermehrt sich das Geld. Und ab und zu packt immer was rein und freut er sich. Ja, sieht richtig nett aus hier. Schöne Briebewelle. Schöner Rasen. Hier nochmal hier auf der anderen Seite vom Grundstück. Der Teil, der von den Kunden bewohnt wird. Björn ist gerade dabei, hier nochmal eine Fuge zu schließen. Ist ein bisschen komplizierter. Oder Björn? Ist sie komplizierter? Ja, alles. Kinderlein. Ja. Ansonsten haben wir heute Trauma fürs Wetter. Und wir freuen uns, dass die Gäste wieder zurückkommen dürfen. Und wir freuen uns, dass die Gäste wieder zurückkommen ist.